Simon Albert Charles Simon Albert Charles Simon Albert Charles Simon Albert Charles War jetzt auch irgendwie ne richtig richtig doofe Frage Hab ich hab ich am Ende auch, hab ich am Ende selber gemerkt Weißt du aber wann du merkst dass du im französischen Team bist? Achtung, wir haben das Einsatzstil verloren Nee Ja dein Panzer hat da einen Rückspiegel Alter Hast du da gerade ganz knapp mit ner Ja hat er Wo ist der Trottel Komm her Könnt ihr uns mal unseren Punkt E lassen? Das finde ich jetzt nicht so geil Wir sind jetzt knapp am verlieren hier Ich will ja nicht behaupten dass der Typ es auf mich abgesehen hatte Aber der Typ hatte es auf mich abgesehen Ja der kennt das mal Oh das war aber jetzt ein böses Wort Granate ist unterwegs Viel Spaß damit Arschloch Nicht solche Flüche Mario Irgendwo muss doch hier Party sein Ich kann den Punkt nicht einnehmen Oh scheiße wir haben nur noch 37 Tickets und ihr habt noch ein paar mehr 784 Ich glaube wir verlieren die Runde Ja ich nehme jetzt grad mal einen Punkt ein Ich sag dir aber nicht welchen Achtung Wir haben das Einsatzstil erobert Äh du kannst nur Punkt E Ne Punkt E nehme ich gerade ein Also du kannst dir nur Punkt B einnehmen Oh Alter lass das mach mich doch Boah gibt der mir grad Zucker wohl Er gibt die Zucker So Punkt B ist eingenommen Ja Punkt E jetzt auch gleich Ja Punkt E jetzt auch gleich Meiner Alter Naja zur Hölle mit denen würde ich jetzt nicht sagen liebe Spielstimme Weil wir haben nur noch äh 16 Tickets Da ist nicht mehr mit zur Hölle mit denen Das ist aber schön dass ich jemanden gefunden hab mit dem ich Battlefield spielen kann Ja Hätt gar nicht gedacht dass der Yattak so ein Zocker so ein Shooter King ist Ich bin der Shooter King Das hast du hier am Computer Ne echt hätt ich gar nicht gedacht weil Ich dachte so ja okay ne Viel Simulation und so dann wird halt auch schön Jaaa Aber Battlefield ist schon immer so richtig Natürlich nur ab dem ähm Freigegebenen Alter Versteht sich ja von selbst Yeah Fucking gewonnen Da nehm ich doch erstmal einen dicken Verliererschluck Cola würde ich sagen Mhm Mhm Ich freu mich wenn ich in mein Level aufsteig Ja bei dir geht das noch schnell Ich brauch 50.000 Punkte Wow Ja ich brauch überhaupt mal Punkte Wow Wow freigeschaltet die Flares toll Die Flares freigeschaltet Ja super Wow Geil Ich bin der Shooter King Ey ganz früh wie ich am Computer hing Ich bin ja im Internet Ich mag Battlefield 3 ganz ehrlich liebe Freunde ich mag Battlefield 3 Ja es ist ein schönes Spiel Also ich mag auch Ich mag auch Omsi wer die letzte Folge gesehen hat äh Lemental ähm ja Lemental V3 hat Kollisionen weil ich die Kollisionen an hatte und unsichtbare Wände und sowas und aber der James der hat eine veränderte Version die er mir gibt und dann drehen wir auf Lemental nochmal ein paar Runden an mich vielleicht auch mal den Julian und den James zusammen mit Ja ich bin jetzt wieder öfter da Ja ich bin jetzt wieder öfter da Und ähm also auf jeden Fall das Projekt Battlefield und so werden weil Julian und ich auf jeden Fall aufrechterhalten das wird ein Langzeit Ding Ja da zocken wir auf jeden Fall immer mal wieder eine Runde So jetzt guck ich mal ob ich das Team wechseln kann ich will ja zum Jahrtag rüber bist du drüben ja du bist drüben ich würde gern das Team wechseln Ne äh äh Bleib ne Weile Bleib ne Weile in deinem Team 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 Dann darfst du nicht Ah dann fahr ich jetzt mit dem Plattpanzer Dann geht's auf die Fresse Ich hoffe dass jetzt nicht die ganze Zeit nur Insel Kark kommt Ich weiß nicht, dass ist in Kark Island um die Server Ne glaube ich nicht Aua ich bin grad mit meinem eigenen Panzer hinten reingefahren das ist nicht so gut Na jo mal jo mal Ich fahr grad auch nur scheiße zusammen Die Straße nicht, ah hier ist die Straße Oh scheiße hier haben wir schon ja wobei Wollt auch ein Schlimmchen Ich hab die Hupe gefunden lach mal Haha Haha Achtung, das Einsatzziel wurde erobert Over Ich weiß ein Plattpanzer ist nicht für den aktiven Angriff Aber ist mir jetzt nicht ein War da nicht War da nicht Ja, live with it or die Ey gehört ihr uns auch schon hier oder was Ne 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 Ach jetzt komm ich hier nicht über die Mauer drüber Aua Ey 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 Was war das? Was war das? Was war das? Es hat bumm gemacht und es hat weh getan Aua Es war bumm und es brennt Dann weiß ich wer in dem Panzer da sitzt Oh oh Ich? Nein 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 Tice, mein Panzer ist kaputt Tice, mein Panzer ist kaputt Und ich kann was an Ey wer snipert hier Aber ich kann was anpassen Ich kann meine Ausrüstung anpassen Ey nicht snipern Das finde ich immer ganz gemein hier Ne ich will aber keinen Oh ne DAT12 Ne Also wenn wir die Runde rum haben Quatsch, wenn wir die Stunde rum haben Und wir sollten die Runde nur nicht rum haben Spielen wir die Runde natürlich zu Ende Ist ja aber klar Ja, mein ihr aber auch Ja Ja Mensch, was mach ich denn für ein Theater Nehm ich doch die Small Sonst werden das natürlich im besten Case Immer 15 Minuten Parts Genau Also wir schneiden das so auf 15 Ich würde sagen so 15 bis 20 Minuten Guck mal Guck mal Guck mal So Ich würde jetzt hier gerne bei der Basis immer spornen Wir nochmal ein Fahrzeug nehmen Und dann dem Mario mal schön Ne Abreibung verpassen Ja ja, hättest du gerne Ich verstehe das schon Ich verstehe das schon Ey wir treffen uns ja Auf dem Pausenhof Ich sag das hier Hahahaha Hahahaha Beim Mittagessen Da gibt's ein neues Esszimmer Panzer Feindliche Panzer Ja Panzer Feindliche Panzer Ganz viele Du kannst übrigens mit Q ja auch durchsagen machen Ja weiß ich Yo ich fahr hier Fast and the Furious Style Mit meinem kleinen Es ist kein Hamburg oder sogar Wiederholen In eurem Gebiet ist ein Panzerjäger Rück bitte mit äußerster Vorsicht weiter Ja Mario Was ist los? Ich teste an meinem Controller noch so ein bisschen die Tasten aus Ja was ist mit eurem Team los? Ja weiß ich noch nicht Ja Ich hab lange nicht mit denen gesprochen Hahahaha So Oh oh Aua 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 Schreitep Aua Okay Hier wird nämlich geschossen mit Pett im Geschoss Ich will das nicht Aua 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 Als ich jemanden frag warum ich ein Infraroten Visier drauf habe Das ist bei Operation Metro und bei Karten wo es viel raucht sehr viel Gold hat Ja ein sinnvolles Gadget Wohl wahr Scheiße Ich Ach scheiße ich kann doch mit der SMORE nicht auf den Panzer schießen Ich müsste es doch besser wissen Ganz ehrlich hat der Helikopter nichts besseres zu tun als im Gebäude Leute abzuschießen Oh ich müsste jetzt eigentlich das Team wechseln können Nein ich kann nicht so oft wechseln Yattak versuch du das gleich nochmal wenn du Ne Halt Wir haben das Einsatzziel neutralisiert Ich wiederhole Das Einsatzziel wurde neutralisiert Oh oh Ja da war ich zu langsam Ich hab hier auch noch irgendwo ein Joystick rumstehen glaube ich Hätte ich vielleicht mal nicht selber gemacht Was hab ich denn noch nicht selber gemacht Ui 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 Ja warum will ich auch bitte mit einer SMORE Ein Panzer abknallen die unlogisch Wie unlogisch Wie wechselt man denn nochmal die Waffen beim Panzer Äęęę ää Ähm beim Jet Was schön Dünn das denn So, komm, ab durchs Gelände. Ah, jetzt hab ich's. Also, wird nur mal probiert, hier mal ein Fahrzeug aus der Luft zu holen. Wenn ich's denn noch kann, ich flieg gerade mit Maus, ja. Ist normal nicht so meine Stärke. Nein, aber ich hab den Heli zerstört, haha. Haha, Kamikaze! Dafür bin ich gern gestorben, ich hab den Heli geplättet. Das war schon, äh... Ich hab meiner Kamikaze leider nichts erreicht, schade. Nee? Nee. Na komm, ich probier noch mal den Jet. Oh, der Jet ist weg. Dann probier ich noch mal das Team. Das Team? Nee, du darfst nicht. Bitte bleib eine Weile in deinem aktuellen Team. Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Er hat mich getötet! Baba! Ah, guck mal, jetzt haben wir den Little Bird hier. Ist gar nicht, war gar nicht der. Warum geht mein Controller wieder aus? Da! Ist der Batterie leer? Nein, ich mach immer... Ja, ich hab feindlichen Soldaten gesichtet! Over! Du hast dich drauf rum, ja? Ja, so ein bisschen, manchmal. Oh scheiße, das war ja ein Jet! Aua. Ich müsste gleich eine andere Klasse nehmen. Jetzt lass doch... Jetzt geht der mit seinem Heli in Deckung. Komm her jetzt! Warum sind eigentlich Kennt jetzt unser Licht, wenn ich ein Jet anschießen möchte? So. So, weiter. Komm doch mal lange auf den Meter. Komm Yadak, komm. Wo ist mein kleiner Yadak? Der Yadak, der ist jetzt nochmal in den Jet gegangen hier, weil da halt kein Heli da ist. Ah. Oh, von hinten! Aua, 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 Aua! Weg, 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 Weg! Der Yadak hat gerade den MSI Afterburner gezündet. In eurem Gebiet wurde ein feindliches Fahrzeug gesichtet. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Ja, feindliches Fahrzeug. Troll. Feindlicher Scharfschütze in eurem Operationsgebiet. Ja, ja, Scharfschütze, okay. Fliegst du? Ja, noch flieg ich. Kann das sein, dass du gerade verfolgt wirst? Kann das hinkommen? Denn mein Jet ist gerade zerstört worden. Nein. Ja. Aber ich kann hier rausspringen und hab einen Fallschirm. Hm. Jetzt kann ich nämlich wieder auf unserem Flugzeugträger landen. Oh, sehr. Sehr schön. Zack. Sag mal, wer hat euch Deppen eigentlich hier hingeschissen? Waren die hier Jetvergewaltigungen da? Ach, Mann, ey. Dann hab ich den Heli im Visier und der verpieselt sie ja, ne? Ach, Mensch. Oh, Scheiße, ey. Immer dieses Studieren, ja? Ich mach hier überhaupt kaum Punkte, ey. Weil ich so lame bin im Moment. Ich bin auch lame. So. Wo sind jetzt Helikopter, hä? Aber zugegebenermaßen, ich bin eigentlich in Battlefield nicht so lame, äh, weil ich wenn ich dann auch die ordentlichen Waffen hab. Du darfst nicht so oft wechseln. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich verlasse jetzt mal das Squad und versuche jetzt nochmal zu wechseln. Ne, geht nicht. Dann trete ich einem Squad bei und trete dir bei. Oh, yeah. So, schießen. Und ja, ich weiß, mit Controller ist lame, weil mit Maus geht das Ganze viel schneller. Ihr müsst mir das nicht sagen. Aber erst mal ein Controliero. Genau. Also lasst ihn mal ein. Ich mein, ich hab ja ne Gaming-Maus und ne Gaming-Tastatur. Pauz! Wir hatten leider meine Racki. Ja, die richtig, die hast du. So, komm. Visier an. Ist zu weit weg. Oh, ich mach jetzt mal dat, was ich gut kann. Pantafar. Ja, Mann. Der Mario tut Panzerfahren am Sein. Ja. Aber tuten tut die Feuerwehr, ne? Mein bester. Ja, das ist... Ja, das ist... Warum mit deinen blöden... 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 Näher aus. Ja. Ja. Ja.